Armutszeugnis, der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, hallo alle da draußen und hallo Sabine. Hallo Eva. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer nächsten Folge des Podcasts Armutszeugnis, einem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir sind heute schon in Folge Nummer 7. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Privatisierung sprechen im Allgemeinen und nochmal genauer geblickt auf das Thema Privatisierung im Gesundheitssektor, nämlich bei Arztpraxen, Sabine, oder? Du hast dich umgetan und hast auch eine Interviewpartnerin gehabt. Magst du uns mal erzählen, wer das ist? Genau. Ich hatte ein Gespräch mit Aurora Lee. Aurora arbeitet bei der NGO Finanzwende. Ich glaube, die haben wir ab und zu auch schon mal immer mal wieder erwähnt. Und sie ist Ökonomin und hat sich spezialisiert auf passenderweise Finanzmärkte und hat an einer Studie mitgearbeitet, zu der sage ich dann gleich nochmal mehr, wo es darum geht, es heißt jetzt in dem Kontext gar nicht unbedingt Privatisierung, sondern Finanzialisierung, aber zu dem Unterschied sage ich nachher nochmal was, wo es darum geht, um dieses Phänomen, was bislang noch so in Deutschland ein bisschen unterm Radar läuft, also noch nicht so richtig von der Öffentlichkeit mitgekriegt, wie auch Arztpraxen mittlerweile von Finanzinvestoren entdeckt worden sind als Renditeobjekt, als Kapitalanlage. Und wenn ich jetzt vielleicht gleich einsteigen darf, warum ich jetzt überhaupt auf dieses Thema nochmal gekommen bin, dass wir da eine Folge zu machen könnten, das hatte ich nämlich eigentlich in der letzten oder vorletzten Folge schon mal erwähnt. Das war nämlich so, dass ich selber auf einem Symposium war. Das war so ein Kunstfestival, da ging es eigentlich um Land, also dieses Festival hat in Halle stattgefunden, es ging um Stadt, Land und wie Finanzinvestoren, unter anderem war das ein Thema, die Mieten treiben, also das Gebaren der Immobilienkonzerne und was da die Finanzmärkte damit zu tun haben. Und mit mir auf dem Podium war Uwe Zöllner. Und Uwe Zöllner arbeitet, beziehungsweise ist engagiert auch bei Finanzwende. Und was ich ganz interessant finde, er war früher selbst Fondsmanager. Er hat die Seiten gewechselt. Das fand ich ganz interessant. Und er hat in seinem Vortrag, wo es eigentlich um Immobilienkonzerne ging und was sich durch das Eindringen der Finanzmärkte in diese Immobilienkonzerne verändert hat auf dem Wohnungsmarkt, er hat eben dann auch erwähnt, dass auch im Gesundheitsbereich solche Entwicklungen zu beobachten sind und hat sich da konzentriert, das war eine Folie in seinem Vortrag, auf Arztpraxen. Und da habe ich gedacht, irre, habe ich noch gar nicht so richtig mitgekriegt, das Arztpraxen. Und habe natürlich gleich gedacht, ey, was hat das dann für Auswirkungen auf mich als Patientin? Und da habe ich nochmal nachgedacht, wie das eigentlich mit meiner eigenen Erfahrung ist, wenn ich zum Arzt gehe und wollte dich mal fragen, Eva, wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Jetzt vor kurzem beim Zahnarzt. Okay. Und hast du bei diesem Arztbesuch oder vielleicht auch bei anderen Arztbesuchen irgendwann mal das Gefühl gehabt, der schlägt dir was vor, eine Vorsorgeuntersuchung, irgendwas, ob du es jetzt selbst zahlen musst oder auch nicht, aber eigentlich dann eher das, wo du vielleicht selbst zahlen musst, wo du das Gefühl hattest, schlägt er mir das jetzt vor, weil er wirklich findet, dich brauchst oder weil er dann sozusagen was abrechnen kann. Kennst du dieses Gefühl? Ich muss erstmal eine Lanze für meine Hausarztpraxis brechen. Die ist nämlich super, da kommt nämlich sowas gar nicht vor. Und die sind nämlich auch Teil einer Initiative von Ärzten, die sich gegen zu viel Einflussnahme der Pharmaindustrie in Arztpraxen wehren. Ah, okay. Aber bei meiner Hautarztpraxis, da hatte ich dann oft das Gefühl, dass mir irgendwelche Sachen untergejubelt werden sollen. Worauf ich jetzt hinaus wollte nochmal mit dieser Frage, dieses Gefühl, du sitzt beim Arzt oder bei der Ärztin und du hast plötzlich so ein Misstrauen. Geht es jetzt um mich oder geht es jetzt darum, dass der mit mir Gewinn machen will oder irgendwie Einnahmen generieren möchte? Und das ist bei einer Arzt-Patientin oder Ärztin-Patientin-Beziehung sehr viel schwieriger als in anderen Verhältnissen, weil es ein Vertrauensverhältnis ist. Weil das ist ein sehr sensibler Bereich, weil eigentlich haben wir nämlich dieses, will der jetzt mit mir nur Geld machen, im Alltag immer. Also das hört man ja ständig, der will dafür so und so viel Geld, viel zu teuer, da fühle ich mich abgezockt. Damit lebt man irgendwie. Aber beim Arzt, da geht das irgendwie nicht in Ordnung. Das ist ein wirkliches Vertrauensverhältnis. Und vor dem Hintergrund, das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben, soll jetzt alles folgende, was ich jetzt versuche zu erklären und zu erzählen, auch verstanden werden. Weil viele Dinge, die ich bei der Recherche gelernt habe, wie diese Arztpraxen, wie das funktioniert, dass die jetzt eben so stark auf Rendite getrimmt werden, erleben wir auch in anderen Bereichen. Aber im Bereich Gesundheit empfinden wir es als besonders schlimm. Bei diesem Phänomen, dass Private Equity Firmen, das erkläre ich auch gleich nochmal, was das genau ist, Arztpraxen aufkaufen und dann möglichst viel natürlich darauf fokussiert sind, damit Rendite zu erzielen. Dieses Phänomen versteht man eigentlich nur, wenn man so ein bisschen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, erzählt. Und deshalb muss ich etwas erzählen über die medizinischen Versorgungszentren, die MVZ. Das ist jetzt vielleicht gerade für die jüngeren Leute wahrscheinlich völlig normal. Sie gehen in so ein großes Ärztehaus, da steht am Schild unten MVZ und da sind verschiedene Ärzte von verschiedenen Fachrichtungen unter einem Dach. Das ist keine Gemeinschaftspraxis, sondern es ist wirklich ein sogenanntes MVZ. Und dieses MVZ gibt es in Deutschland erst seit 2004. Dort wurde das mit einem dieser Hunderttausenden von Gesundheitsreformstrukturgesetzen, das ist ja irre, wie viel dieses Gesundheitssystem reformiert wurde in den letzten Jahren, auch so sehr detailliert. Also das ist wirklich auch kompliziert, sich da einzuarbeiten. Auf jeden Fall 2004 unter der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, SPD, wurden diese medizinischen Versorgungszentren zulässig. Ganz kurze Frage, ist das nicht so ein bisschen angelehnt an die ärztliche Versorgungsstruktur in Ostdeutschland? Ja, genau. Polykliniken. Genau. Das ist eigentlich die Grundlage. Da gab es auch offensichtlich damals im Ministerium genau deshalb ideologische Konflikte. Ja, wir können doch jetzt nicht so ein DDR-Ding hier machen. Was sich da im Wesentlichen verändert hat, ist die Stellung der Ärztinnen und Ärzte. Die konnten quasi dadurch als Festangestellte anheuern, ganz normale festangestellte Ärztinnen und mussten sich nicht verschulden und diese Existenzgründungsrisiken eingehen. Das ist das eine und das zweite ist, dass es auch so gedacht war, weil eigentlich ist es ursprünglich eine wirklich gute Idee, dass diese MVZ in der Nähe von Krankenhäusern sind und auch mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten. Damit man quasi die ambulante und die stationäre Versorgung miteinander besser koordinieren kann und auch die Idee, dass verschiedene Fachärzte unter einem Dach sitzen, ist eigentlich auch nicht schlecht wegen der kurzen Wege und der Absprache. Also eigentlich alles eine gute Idee. Ja, klingt ziemlich sinnvoll, aber jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber, genau. Es war nämlich dann so, was man nicht mit berücksichtigt hatte, dass auch Kapitalinvestorinnen oder Investoren darauf aufmerksam geworden sind, dass sie diese MVZ kaufen können. Manchmal wurden auch einzelne Arztpraxen gekauft und dann zusammengelegt oder bereits existierende MVZ gekauft, um dann, wie das immer so schön heißt, umstrukturieren, Synergieeffekte nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sieben Ärzte habe, brauche ich nur einen Drucker oder ich brauche nur eine Servicekraft an der Rezeption und so weiter und so fort. Das kann man sich schon ungefähr denken, was da an Effizienzgewinnen, wie es immer so schön heißt, dann auch Sparen und so weiter erzielt werden konnte. Und natürlich im Interesse der Finanzinvestorinnen war natürlich, dass ein mit Hinblick auf Effizienzgewinne Rendite erhöhen. Und was man eben wissen muss, wie diese Private Equity Firmen, die das dann entdeckt haben, wie die vorgehen, die sammeln Geld ein bei Anlegern. Also auch bei Privatvermögenden, bei sehr reichen Menschen, aber auch bei institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds. Da sammeln die Geld ein und sagen, du gib mir dein Geld, ich verspreche dir, dass ich dir innerhalb von einem Jahr eine Rendite erwirtschafte von 20 Prozent. 20 Prozent, ernsthaft? Ja, also bis zu 20 Prozent ist da das Renditeversprechen. Da weiß man schon, wie viel ausgepresst wird. Ja, genau. So, und dann behalten sie diese Arztpraxen in diesem MVZ zusammen und verkaufen sie nach fünf bis sieben Jahren wieder. Das heißt, die haben gar kein Interesse an Versorgung, an Gesundheitsversorgung und so, sondern die haben eigentlich nur ein Interesse. Das ist ein Kennzeichen von sogenannten Private Equity Unternehmen. Ich kaufe ein Unternehmen, ich presse alles raus, viel Rendite und dann verkaufe ich es wieder. Also Private Equity, Handeln mit Unternehmen. Das ist so das Grundprinzip. Und dann versprechen sie diese hohe Rendite. Und das Interessante ist, warum die so viel Interesse haben an diesen Einrichtungen aus der Gesundheitsvorsorge, weil da ein sogenannter regelmäßiger, stabiler Cashflow kommt. Das ist ähnlich wie bei den Mieten. Man weiß, dass die Krankenkassen über unsere Beiträge immer alles bezahlen. Also unter bestimmten Bedingungen und gedeckelt und so, das kann ich vielleicht noch kurz nachher erklären. Auf jeden Fall, es ist eine regelmäßige Einnahme zu erwarten und das ist das Interessante. Genau und was daraus dann alles folgt und was das noch für Auswirkungen hat, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte jetzt ganz kurz einen kleinen O-Ton vorspielen von Uwe Zöllner von diesem Podium, weil das ein bisschen anschließt an das, wie wir eingestiegen sind und weil das schon mal viel aussagt. Hören wir ihm mal zu. Also in Kiel ist es so, dass die Hälfte der Augenärzte schon zu Private Equity Firmen gehören. Es gibt so bestimmte Bereiche, die mag Private Equity nämlich besonders. Und wenn man sich dann anschaut, was so passiert, merkt man, sie interessieren sich dann besonders für lukrative Behandlungen. Also zum Beispiel grüne Star-Operationen, bestimmte aufwendige Untersuchungen. Und ich glaube, ich bin auch mal so jemandem ins Auge, in die Hände gefallen. Ich hatte einen Gerstenkorn, der hat die Frau auch mal pro Forma drauf gedrückt, bevor sie dann angefangen hat, mir irgendwelche Zusatzleistungen für 195 Euro zu verkaufen, weil mein Augeninnendruck ja eigentlich noch in Ordnung ist, aber doch schon ein bisschen hoch. Ich hätte also als Kassenpatient das Ganze dann selber zahlen müssen, 195 Euro. Vielleicht gucke ich noch mal nach einem anderen Augenarzt. Das sind halt die Dinge, die dann passieren. Diese Praxen werden dann auch nach Rendite geführt. Ja, interessant, weil er jetzt die Augenarztpraxen anspricht. Ich war dann nur mal vor Jahren ganz kurz drüber gestolpert, weil es, glaube ich, auch mal so eine Fernsehdokumentation zu dem Thema gab. Und da ging es nämlich auch um die Augenarztpraxen. Ja, aber 195 Euro mal gerade aus der eigenen Tasche noch dazuliegen, für was, was eigentlich nicht nötig ist, das ist happig. War das zufällig Panorama? Kann sein, ja. Ja, genau, die ist ganz bekannt für dieses Thema, diese eine Sendung. Das ist mir ständig begegnet. Alle beziehen sich auf diese Panoramasendung. Genau, also das war mehr oder weniger diese Anmerkung, war mir dann Anlass zu sagen, ha, interessant, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, obwohl gleich ich dieses Gefühl kenne, dass ich beim Arzt sitze und immer denke, soll ich jetzt diese Vorsorgeuntersuchung machen oder ist das ... Und deshalb habe ich mir dann diese Studie angeguckt und habe sie gelesen und habe dann auch festgestellt, dass das drei Leute sind bei Finanzwende, die diese Studie gemacht haben. Uwe Zöllner eben auch, Michael Peters und eben Aurora Lee. Ja, und dann habe ich Aurora angerufen und wir haben uns dann eine Weile darüber unterhalten. Und was man wissen muss, diese Studie ist im Mai 2023 erschienen. Die ist also jetzt schon eine ganze Weile her. Und ich bin aber darüber gestoßen in dieser Studie, dass offensichtlich der Bundesgesundheitsminister Lauterbach schon vor einem Jahr oder sogar länger gesagt hat, dieser Profitgier, also der hat da wirklich starke Worte benutzt, ich glaube, er hat sogar irgendwie Heuschrecken, was ich einen problematischen Begriff finde, aber egal, dem muss Einhalt geboten werden. Da werden wir was tun. Und ich wollte eigentlich wissen, weil ich eh so richtig viel nicht davon mitgekriegt habe, was ist denn da jetzt Stand? Wird da jetzt was gemacht? Und das war mehr oder weniger das, was ich von Aurora wissen wollte. Und sie hat mir dann aber auch noch mal ein bisschen genauer erklärt, was ist denn eigentlich die Folge von so einem Gebaren? Wie wirkt sich das aus auf die Ärzte, auf die Versorgung, auf uns als Patientinnen und so weiter? Und das fand ich ganz interessant, was sie da gesagt hat, weil damit hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gerechnet, was tatsächlich eins der größeren Probleme da sein wird. Und da hören wir jetzt auch noch mal rein. Ja, wir haben uns, also Forschungen in diesem Bereich sind noch super schwierig, weil es da einfach super wenige Daten dazu gibt. Daher mussten wir uns bestimmte Fallbeispiele anschauen. Das heißt, wir haben uns fünf Fallbeispiele angeschaut, die von Arztpraxen oder Arztpraxenketten, die es davor schon gab, die alle von Private Equity Investoren aufgekauft wurden. Und wie gesagt, das Grundschema habe ich ja vorhin ein bisschen erklärt, also Geld einsammeln, aufkaufen, bündeln, umstrukturieren und wieder verkaufen. Und die Ergebnisse sind auch sehr oft sehr ähnlich. Also da gibt es einfach auch so ein klassisches Toolkit, mit dem sie arbeiten. Und das führt dazu, dass es, dass die Unternehmen, die von Aufgaben besonders hoch verschuldet sind beispielsweise. Also in diesen Beispielen haben wir fast immer extrem hohe Verschuldung gesehen, bis zu 92 Prozent der Bilanzsumme des Unternehmens. Und das geht dann einher mit so ganz wenig eigenem Kapital, mit dem eigentlich das nur noch in diesen Unternehmen, also in den Arztpraxen verblieben ist. Aha, und wieso diese hohe Verschuldungspraxis? Also das ist so ein spezifischer Mechanismus, den kann man so Finance Engineering nennen, also so Mechanismen, die dann eingesetzt wurden von diesen Private Equity Unternehmen, die wir als Normalsterbliche niemals verstehen würden oder nachvollziehen könnten, weil das alles auch in dieser Sprache ist, die kein Mensch versteht. Und es nennt sich Debt Push Down, also auf Deutsch Schulden runterdrücken. Und das bedeutet, diese Private Equity Firmen gehen hin und sammeln, wie gesagt, Kapital ein bei reichen Leuten und bei institutionellen Anlegern, Pensionsfonds meine ich. Und dann stellen sie natürlich fest, das ist viel zu wenig Geld, damit kann ich diese MVZs gar nicht kaufen. Und dann nehmen sie sich noch Kapital auf, dann machen sie Schulden, dann nehmen sie Kredite auf, um dann das kaufen zu können. Dann haben sie das gekauft und die Schulden, die sie aufgenommen haben, die drücken sie dann runter aufs Konto der Arztpraxen. Und dadurch kommt auch diese hohe Eigenkapitalrendite zustande. Wenn ich die Rendite beziehe auf das kleinere Eigenkapital und die Fremdschulden da nicht mit einbeziehe, dann ist das Verhältnis von investiertem Kapital und Gewinn natürlich ein viel besseres, als wenn ich den Gewinn ins Verhältnis setzen müsste zu den gesamten aufgenommenen Fremdschulden plus Eigenkapital. Und insofern kommt diese große Rendite zustande. Und dann ist natürlich ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben diese Finanzinvestoren, also diese Private Equities, haben jetzt den armen Arztpraxen diese ganzen Schulden überhäufen. Was machen die jetzt? Und da habe ich auch, weil ich das alles nicht so richtig genau verstanden habe, Aurora nochmal gefragt, was dann eigentlich mit diesen Schulden passiert. Die Schulden, ja, die zahlen dann die Arztpraxen ab. Also wir sagen ja auch immer, es gibt einen extrem starken Gewinndruck und der ist vor allen Dingen auch dadurch geprägt, dass die Arztpraxen so stark verschuldet sind und quasi so eine krasse Zinslast auch haben. Also man muss sich vorstellen, man hofft so auf so einen Investor, man denkt, da kriegt man neues Geld, aber was man dann eigentlich kriegt, ist viel mehr Schulden, die man erstmal abbezahlen muss, um halt nicht Konkurs zu gehen als Arztpraxis. Okay, ich stelle mir gerade vor, ich steige als Arzt in so eine Praxis ein und bin da vielleicht eben nicht der Einzige, sondern da gibt es noch leitende Ärzte über mir oder einen Geschäftsführer oder was weiß ich was. Dann muss ja relativ schnell klar sein, dass der mir deutlich macht, hier, so läuft das hier bei uns. ist, du musst jetzt sozusagen allen Patienten immer irgendwie eigentlich irgendwelche Leistungen andrehen. Wir müssen hier Kasse machen. Genau so ist es. Das Problem ist, dass die Datenlage sehr schlecht ist. Es ist aber trotzdem, gibt es von Ärztinnen und Ärzten und auch von den Verbänden, also Bundesärztekammer, auch die Bundeszahnärztekammer, gibt es Stellungnahmen schon seit einem Jahr oder anderthalb, wo sie sagen, das muss aufhören, weil nach allem, was man hört, werden dort nicht nur Ärztinnen und Ärzte unter Druck gesetzt, auch arbeitsmäßig. Also es ist irgendwie die Rede davon, dass da die Work-Life-Balance nicht eingehalten wird. Also es ist bei Ärzten ja sowieso oft so. Und dass sich das auswirkt auf die Versorgungsqualität und dass aber auch eine Unterversorgung und zugleich eine Überversorgung stattfindet, weil viel zu viel angeboten wird, was man eigentlich vielleicht nicht unbedingt müsste aus medizinischer Sicht und dafür das, was nicht lukrativ ist, nicht mehr gemacht wird. Also die Bundeszahnärztekammer hat geschrieben, dass sie eben feststellen, dass in solchen Investoren getragenen MVZ heißen die, die heißen IMVZ, dass dort zu beobachten ist, dass die eher in den urbanen Großstädten sind, eher da sind, wo die Leute mit Geld kommen, dass also das Land unterversorgt ist, dass aber auch in den Praxen selbst die vulnerablen Gruppen tendenziell vernachlässigt werden. Das Problem ist, wie gesagt, die Datenlage. Die Bundesärztekammer hat geschrieben, ja, 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 wir wissen, es gibt noch sehr, sehr wenige Studien und also die Befürworter davon, die sagen immer, ihr könnt es gar nicht belegen und es gibt doch gar keine Bezahlen. Es gibt auch erst sehr wenige Studien, aber man kann sich das schon vorstellen, dass da über Mund-zu-Mund-Propaganda doch einiges so langsam hochkommt. Okay, aber wenn es jetzt eigentlich schon auch sehr eindeutige Stellungnahmen zum Beispiel der Ärztekammer und so weiter gibt und Lauterbach irgendwie, wie es ja so seine Art ist, da auf den Tisch schaut und irgendwie möglichst mit wildem Getöse drastische Maßnahmen ankündigt, was ist denn dann passiert? Also, ich habe auch dazu natürlich Aurora gefragt, weil die das nach wie vor noch sehr engmaschig verfolgt, diese Entwicklung und da würde ich jetzt ganz gerne noch mal reinhören, was sie dazu sagt, auch, weil ich sie noch mal gefragt habe, okay, wir haben jetzt diese hohe Verschuldung, das ist ein Problem, kommen wir später noch mal darauf zu sprechen, warum und für wen das ein Problem ist und was daraus folgen kann, also schlechterdingsweise und da hat sie auch noch mal dann dazu was gesagt, wie sich das auswirkt auf die Menschen. Ja, also da würden wir uns total gerne flächendeckende Studien wünschen, aber ich glaube so, die Auswirkungen aus PatientInnen sind ja erstmal, kann man sich vielleicht auch herleiten, also man muss sich vor Augen führen, Private Equity verspricht ihren AnlegerInnen, also das sind meistens Pensionsfonds oder Staatsfonds oder Family Offices, die versprechen den 20% jährliche Rendite und das ist halt viel mehr das, was realwirtschaftlich mit einer Arztpraxis, also da kann man auch Gewinne machen, aber das ist viel mehr als das, was normalerweise möglich ist und die müssen halt erwirtschaftet werden. Das passiert halt einerseits, indem man quasi versucht, hohe Einnahmen zu generieren, das passiert auch, indem man viel Steuer vermeidet, das passiert auch, indem man andere Arten von Finanztrinks anwendet, aber natürlich, wenn das Ziel ist, 20% jährliche Gewinne zu machen, dann lassen da Finanzinvestoren oft auch einfach keine Möglichkeiten aus und das ist, da muss man sich als PatientIn, glaube ich, schon auch fragen, okay, was passiert, wenn da nicht mehr nur noch gesundheitliche Aspekte vordergründig sind und halt nicht mehr, ja, man nicht mehr nur nach gesundheitlichen Stichpunkten bewertet wird. Es gibt eine Reportage von Panorama vom NDR, die haben auf jeden Fall Extremfälle gezeigt, wo ÄrztInnen anonym ausgesagt haben, was denen von ihren Managern quasi empfohlen wurde, an Behandlung durchzuführen und so weiter und so fort. Und die Arbeitsbedingungen vom medizinischen Personal, die sind halt ähnlich, also ÄrztInnen arbeiten unter hohem Druck, darüber hatten wir ja vorhin schon von gesprochen und sind halt dadurch auch stark belastet. Also ich glaube, es gibt Studien von der Böckler Stiftung, die zeigt, dass die Beschäftigung auf jeden Fall sinkt, nachdem Finanzinvestoren eingestiegen sind in Unternehmen. die Investoren würden dann natürlich sagen, ja, das liegt daran, dass wir so viel optimiert haben, indem wir einfach ganz viel Skaleneffekte geschaffen haben. So in bestimmten Bereichen ja, aber ich glaube, die Debatte zu Skalen, den, so den, den Möglichkeitsraum von Skaleneffekten in so Care-Bereichen, die sind ja auch bekannt, die sind jetzt nicht unendlich ausschöpfbar. Genau. Und dann bin ich noch darauf gestoßen, was auch so ein sehr beliebte oder auch, sage ich mal, naheliegende Art und Weise ist, wie man da die Rendite steigern kann. Es gibt ja in Deutschland seit den 90ern eine Budgetierung der Kosten für die Gesundheit der Bevölkerung, wo, das fand ich auch interessant, das ist eigentlich echt ein bisschen Planwirtschaft dieses Gesundheitssystems, das darf ich gar nicht laut sagen, wenn das die FDP hört und sagen, die haben wir schon gesagt, aber darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Es gibt aber auch Leistungen, die außerbudgetär sind, also die außerhalb dieses Budgets, ich sage jetzt mal, nach oben offen erbracht werden dürfen. So, jetzt kannst du einmal eins zusammenzählen, wo gehen die Finanzinvestoren hin, in welche, logisch, genau. Und dazu habe ich sie auch nochmal gefragt. Genau. Es gibt die budgetäre Gesamtvergütung, es gibt aber auch die extra budgetäre Gesamtvergütung und darunter fallen ambulante Operationen zum Beispiel oder onkologische Behandlungen und das sind vor allen Dingen auch Bereiche, wo wir dann die Finanzinvestoren sehen. Also das ganz klassische Beispiel sind ja Augenheilkundenkliniken, die den grauen Starr behandeln. Das ist eine klassische ambulante Behandlung, die routiniert oft durchgeführt werden kann, wenn man möchte. Genau. Und ja, das ist, mich hatte das am Anfang auch überrascht oder ich fand es auch unlogisch, dann habe ich das einmal gegoogelt und dann war es so, ja, okay, klar. Also ein Finanzinvestor weiß das natürlich auch und die würden auf solche Begrenzungen auf jeden Fall nicht reinfallen, sondern die wissen, wie sie da irgendwie ihren Weg rausfinden durch diese extra budgetären Vergütungen. Ich verfolge das sehr gründlich und das Spannende ist, dieses Geschäftsmodell von Private Equity ist seit 2022 in einer dicken Krise, weil 2022 ging halt die Zinsen hoch und das Geschäftsmodell mit den billigen Krediten, also den vielen Schulden, was ich vorhin kurz angerissen habe, das ist halt so ein bisschen damit vorbei gewesen. Das heißt, wie gesagt, hier auch nochmal parallel hin, auch zum Wohnungssektor, die teuren Kredite, die haben ganz viele Finanzgeschäftsmodelle erstmal auf Eis gelegt. Aber, das heißt, wir haben jetzt in den letzten Jahren nicht besonders viele Aufkäufe gesehen im Bereich von Arztpraxen, was aber nicht heißt, dass das Problem weg ist, sondern es heißt mehr, dass Finanzinvestoren gerade Arztpraxen besitzen und die müssen das aber eigentlich verkaufen. Also, die Anleger legen ja so für fünf Jahre an oder sieben Jahre und die sitzen denen halt jetzt auch in den Nacken und sagen, hallo, wir wollen gerne ausgezahlt werden. Das heißt, die Finanzinvestoren sind halt gerade am Abwägen, wie sie damit weitergehen. Börsengänge sind gerade auch nicht attraktiv, das funktioniert auch nicht, niemand möchte das eigentlich kaufen. Das heißt, das ist eigentlich eine super fragile Situation, weil eine Arztpraxis ist ja erstmal ein Investment für die und wenn viele Kosten beispielsweise zu hoch werden, dann werden sie auch selber abschätzen, so, ja, was mache ich denn jetzt damit, lohnt es sich da jetzt dann noch mehr Geld reinzustecken in Form von wie so lebenserhaltenden Maßnahmen oder lasse ich das Investment pleite gehen und schaue, ob ich in meinem Portfolio vielleicht was anderes habe, mit dem ich irgendwie so diesen Verlust auskompensiert bekomme. Das heißt, was ich befürchte oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es auch noch Pleiten geben könnte von diesen Arztpraxenketten oder dass bevor sie pleite gehen, halt dann nochmal andere Träger und ich vermute mal, wenn dann so öffentliche Träger einspringen, um bestimmte Strukturen zu retten, weil man will halt natürlich die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und ja, das wäre dann halt wieder das typische Muster, dass die Gewinne halt jahrelang woanders hinflossen und jetzt, wo es halt kriselt, man wieder einspringen muss. Okay, genau, das ist genau das, was ich auch gerade gedacht habe, die Gewinne werden privatisiert, die Verluste dann sozialisiert und die muss dann die Gesellschaft tragen. So ist es. Es ist genau das Gleiche wieder und jetzt könnte man irgendwie sagen, betrifft ja nicht so viele, aber wir haben ja jetzt bei Uwe Zöllner am Anfang gehört, die Hälfte der Augenärztinnen in Kiel sind schon in solchen Konzernen und die Bundesärztekammer hat auch geschrieben, das sind zunehmend und rasante Wachstumszahlen festzustellen. Auch noch seit 2022, also trotz dieser jetzt schwierigen Davor, also ich glaube, die letzte Meldung von der Bundesärztekammer, die ich gesehen habe, die war von Anfang 23 oder von Mitte 23 und da stand drin rasantes Wachstum. Und rasant gewachsen sind die auch, als dann irgendwann 2015 es erlaubt wurde, dass nicht nur fachunterschiedliche Ärztinnen unter einem Dach dürfen, also gemerged werden dürfen als MVZ, sondern auch fachgleiche, das war vorher gar nicht erlaubt. Also deshalb auch diese Augenarztketten, wo man eigentlich, wo auch die Bundesärztekammer sagt, Leute, das ist total absurd, das widerspricht voll der Ursprungsidee. Wir dachten eigentlich, die MVZ sollen genau dazu dienen, dass man eben unterschiedliche Richtungen unter einem Dach hat und das, was da jetzt irgendwie passiert, ist total absurd und hat dem Ganzen nochmal einen Push gegeben. Seit 2016 scheint es doch nochmal mehr geworden zu sein. Es ist nicht so richtig klar, warum sie das überhaupt von vornherein nicht ausgeschlossen haben, dass fachfremde Investorinnen, die zum Großteil auch in diesen berühmten Orten sitzen, wo man keine Steuern zahlen muss. Das ist auch ein Punkt, den Europa sehr stark macht, dass sie halt auch keine Steuern bezahlen oder wenig, weil sie eben, weiß ich nicht, was die üblichen Jersey und was weiß ich, was man da alles irgendwie für Herkunftsorte hat und da hat man sich eben gefragt, warum haben sie das nicht von vornherein unterbunden und das wäre jetzt ein Vorschlag von dieser Bundesärztekammer, dass man sagt, man macht das jetzt streng und sagt nicht, also überhaupt keine fachfremden Investorinnen dürfen das mehr, auch nicht über diesen Weg des Privatkrankenhauses und man ist auch strenger im Sinne von, man darf jetzt nicht mehr quer über Deutschland 27 Augenarztpraxen kaufen, sondern es muss örtlich gebunden sein an ein Krankenhaus, damit eben diese ganze Idee wieder auf ihre Ursprungsidee zurückgeführt wird, das sind so deren Forderungen. Und warum tut sich da nichts oder tut sich ein bisschen was? Nein, nicht so wirklich, also wie gesagt, die Bundesärztekammer sagt, sie hat diesen Vorschlag, der liegt auf dem Tisch im Ministerium und Lauterbach hat immer gesagt, ja, 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 das regulieren wir und es ist bislang überhaupt nichts passiert zu diesem Thema, sollte eigentlich in diesem Frühling, jetzt vor ein paar Monaten erst was passieren. Die Bundeszahnärztekammer hat jetzt im Februar auch nochmal eine Stellungnahme, die sehr ähnlich ist, gesagt, Kommerzialisierung im Gesundheitswesen, Profitmaximierung hat im Gesundheitswesen nichts zu suchen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die niedergelassenen Ärzte auch ein Eigeninteresse haben, also das ist ein extrem umkämpftes Feld, gerade seit diese Budgetierung eingeführt wurde und auf die Frage, was ist jetzt vom Gesetzgeberstand der Dinge, hat Aurora Folgendes geantwortet. Ja, also das Versorgungsgesetz, also genau, Lauterbach hat sehr groß angekündigt, damals ging Finanzinvestoren vorzugehen, er wollte da Regeln einführen, die vor allen Dingen, dass denen das Geschäftsmodell so ein bisschen verdirbt, indem sie quasi nicht mehr so viele Arztpraxen kaufen und bündeln können und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt gewesen und einerseits hat sich das Versorgungsgesetz extrem verzögert, also es sollte eigentlich im Versorgungsgesetz 2 sein, dann ist es irgendwie ins 1 gerutscht, das 1, Versorgungsgesetz 1 war jetzt neulich im Kabinett und da war es nicht drin und die Vermutung liegt nahe, dass quasi die FDP kein Interesse hatte, aber das rate ich jetzt quasi nur ohne eine feste Quelle davon zu haben, genau und das, was ich aber spannend fand, war, dass als Lauterbach das Versorgungsgesetz 1 vorgestellt hatte, ihm auch die Frage gestellt wurde, ja was ist denn jetzt mit den Finanzinvestoren, machen sie jetzt quasi einen Rückzieher und er in der Pressekonferenz nochmal betont hatte, dass er gerne Regeln gegen Finanzinvestoren einbringen will in dieses Gesetz, er macht es halt nicht im Kabinettsentwurf, sondern schaut da auf die parlamentarische Gesetzgebung, das heißt via Änderungsanträge im Parlament, dass da nochmal Regeln reinkommen. Das heißt, gerade ist eine sehr ja disklusive Phase, aber genau, noch haben wir nichts Konkretes gesehen oder gelesen diesbezüglich. Und wie stehen die verschiedenen Stakeholder dazu? Genau, auf der anderen Seite quasi, die so sehr stark schon und aktiv waren immer im gesamten Prozess gegen die Finanzinvestoren in den Arztpraxen waren vor allen Dingen die Bundesärztekammer und die Kassenärztlichen Vereinigung, die waren auch sehr früh dabei, quasi im Bundesrat Beiträge einzubringen und so. Und denen wird dann aber dann natürlich auch vorgeworfen, ah ja, das ist ja die Lobby der Selbstständigen ÄrztInnen und deswegen sind sie dagegen. Also diese gesamte Debatte, finde ich, habe ich das Gefühl, ist so sehr emotionalisiert auch. Also die werfen sich auch teilweise krasse Sachen an den Kopf oder reden gar nicht miteinander. Wir oder ich in meiner Studie habe vor allen Dingen auch versucht, klar, diese Regulierung von Lauterbach so ein bisschen zu untermauern, aber vor allen Dingen wollen wir als Finanzwende ja auch nochmal neue Aspekte reinbringen. Also wir sagen, man muss halt nicht Finanzinvestoren im Gesundheitsbereich nur über die Gesundheitspolitik regulieren, man könnte sie auch durch Finanzpolitik regulieren. Das ist genauso wichtig zu sagen, warum dürfen eigentlich, also warum haften eigentlich Finanzinvestoren nicht für die Schulden, die sie ihren Unternehmen aufdrücken. Also wir hatten ja über diese hoch verschuldeten Arztpraxen schon gesprochen. Das ist halt eine große Gefahr der Insolvenz und für den Investor, der hat halt nur sein Eigenkapital reingesteckt und sonst haftet er halt nicht. Und vor allen Dingen in solchen sensiblen Bereich wie im Gesundheitssektor sehen wir das super kritisch. Generell könnten wir uns auch vorstellen zu sagen, Investoren, welche Art auch immer, sollten eigentlich in Bereichen der Daseinsfolge überhaupt nur bestimmte Mengen an Gewinn machen und alle anderen Arten von Ausschüttung dürfen eigentlich nicht getätigt werden und müssen im Unternehmen verbleiben. Ja, sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt über einen Bereich, wo ich überhaupt nicht wusste, wie es da so zugeht. Das ging mir ganz genau so. Und also bei all dem, was schwierig ist an der Datenlage, habe ich dann doch das ein oder andere noch gefunden. Also es gab jetzt zum Beispiel zumindest von dem Bundeszahnärzteverband, der hat geschrieben, warte, ich muss mal kurz gucken hier, es ist so eine Pressemitteilung gewesen, wo sie abermals Lauterbach auffordern, endlich was zu tun. Ja, und die schreiben, er soll seinem Ende 2022 gegebenen Versprechen, dem soll er endlich Taten folgen lassen. Und die medizinischen Versorgungszentren, die, die von den versorgungsfremden Investoren betrieben werden, soll er wirksam regulieren. Und die, also die IMVZ. Und da schreiben sie, die Dynamik ist enorm. Mittlerweile liegt der Anteil der IMVZ an allen zahnärztlichen MVZs bei 30,4 Prozent. Und das ist eine Zahl, die vom Ende letzten Jahres ist. Drittes Quartal 2023. Und sie schreiben, es ist das, zu beobachten, eine steigende Tendenz. Okay, ja. Genau. Und auch sie verweisen auf die Sendung Panorama, wo eben diese Votsche, also diese anonymen Aussagen von Ärztinnen getroffen worden sind. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, es gibt in Deutschland 28.000, grob, 28.140 Ärzte und Ärztinnen, Psychotherapeuten und Psychotherapeuten, die in solchen MVZs arbeiten insgesamt. Ja, und es gibt insgesamt viereinhalb tausend MVZs in Deutschland, wo eben 43 Prozent in der Beteiligung eines Krankenhauses stehen, also in der Trägerschaft eines Krankenhauses und 43 Prozent in vertragsärztlicher Trägerschaft, wo das Ärzte selber machen. Natürlich ist die Kommerzialisierung nicht erst jetzt durch diese Investorinnen gekommen oder die Finanzialisierung, sondern die hat schon in den 70er Jahren angefangen und es ist eigentlich in diesem Gesundheitssystem ein extremer Widerspruch, um den sich die ganzen Kämpfe ständig herumbilden zwischen einerseits wollen sie Marktelemente reinbringen, auch immer mit der Begründung, dass es effizienter und andererseits regulieren sie es aber ganz, ganz stark und das finde ich interessant, diesen Widerspruch, weil was man wissen muss, ist, dass ja die Ärztinnen und Ärzte sich nicht komplett frei aussuchen dürfen, wo sie hingehen, sondern es gibt eine Bedarfsplanung, das ist dieses planwirtschaftliche Instrument. Es wird also geguckt, in diesem Landstrich gibt es überhaupt gar keinen Lungenfacharzt, da gibt es dafür, weiß ich nicht was, zwei solche Ärzte, da müssen wir regulieren. Also es wird auf Überversorgung, Unterversorgung flächendeckend geguckt, da gibt es dann ganz viele verschiedene Instrumente, wie das gemessen wird, Pro Region, Durchschnittsbevölkerung, Krankheiten, die da auftauen und so weiter und so fort. Das ist die eine planwirtschaftliche Seite und die andere ist, dass es ein reguliertes Budget gibt. So und so viele Leistungen dürfen nur aufgewendet werden, mehr Geld ist nicht da. Das heißt, der Markt ist außer Kraft gesetzt an der Stelle. Und jetzt habe ich mir, und gleichzeitig in diesem, wir setzen den Markt außer Kraft, gleichzeitig pflanzen wir aber ökonomische Anreize. Das sagen auch die Kritikerinnen von den IMVZs, also auch die, die sagen, das mit den Finanzinvestoren geht uns jetzt aber zu weit. Aber wird immer gesagt, wir brauchen aber ökonomische Anreize, damit die Ärztinnen und Ärzte effizient umgehen und nicht Geld verschwenden. Und das ist ein interessanter sozusagen Widerspruch zwischen diesen zwei Ebenen, dass man einerseits plant, andererseits aber den Markt haben möchte. Und mit der Brille kann man eigentlich die ganzen strukturellen Reformen, die ganzen Kämpfe, die ganzen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte oder überhaupt eines Gesundheitssystems gut verstehen, also worum es da eigentlich immer geht. Das ist das eine, was mir da nochmal ganz deutlich geworden ist. Und das Zweite, wo ich noch abschließend, um jetzt zumindest diesen einen konkreten Fall abzuschließen, also der Arztpraxen, Investorinpraxis, Arztpraxenpraxis, dass dieser Begriff der Effizienz oder Wirtschaftlichkeit, da wird meines Erachtens nie unterschieden zwischen einer stofflichen Wirtschaftlichkeit, also ist es wirklich notwendig, dass man sieben Geräte meinetwegen irgendwie an einem Ort stehen hat, jetzt nur mal ein Beispiel zu machen, oder kann man da nicht effizienter eine Arztpraxis organisieren? Also das ist eine rein technisch stoffliche Frage, wo ich sagen kann, das geht effizienter, aber das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit billiger oder günstiger. Also quasi diese nichtstoffliche, die Wertebene würde man jetzt aus so einer markischen Perspektive sagen, ob ich Kapital vorstrecke und dann mit bestimmten Maßnahmen in der technischen Umorganisierung das Kapital vermehren kann, weil ich dann spare, das ist die Kapitaleffizienz und das andere ist die stoffliche Effizienz, wo ich sagen würde, das ist wirklich nur reine Organisationsfrage. Und diese zwei Ebenen werden ständig durchmischt, ständig, da wird immer von Wirtschaftlichkeit geredet und du weißt aber nicht, oder von Effizienz und du weißt aber nicht, was ist jetzt mit Effizienz gemeint. Und es ist dann eher mal Zufall, eins, dass du sagen kannst, tatsächlich kann ich mit einer Umorganisierung Geld sparen, das kann mal passieren, dann ist Effizienz bei beiden Ebenen gleichzeitig, trifft dann zu. Es kann aber auch oft passieren, dass du eine Kapitaleffizienz hast und sagst irgendwie, ich kann an der Stelle ganz viel Geld einsparen, aber damit versorge ich die Leute nicht mehr besser. Verstehst du? Da sind die Leute unterversorgt, weil das ganze Geld entweder nur dahin fließt, wo es lukrativer ist oder da was gespart wird, weil man sagt, das behandeln wir nicht mehr, das ist zu aufwendig, das kostet zu viel Zeit, gilt aber als effizient, weil man gespart hat. Und das ist ein richtiges grundsätzliches Problem, was sich meines Erachtens durch diese ganze Effizienzdebatte immer wieder durchzieht, dass man nicht unterscheidet zwischen einer technisch- organisatorischen Effizienz und einer geltlichen, sage ich jetzt mal, einer finanziellen Effizienz. Und das ist tricky, weil damit wird man immer wieder aufs falsche Gleis geführt, wenn es immer heißt, das ist effizient, weil alle sagen, ja, es muss effizienter sein. Man weiß gar nicht, was genau gemeint ist in dem Moment. Genau, genau. Und das ist meines Erachtens auch genau das Problem gewesen der ganzen Privatisierungsdebatte. Bei der Privatisierungsdebatte, das fing schon an, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem berühmten Ludwig Erhard, der angeblich die soziale Marktwirtschaft eingeführt haben soll, was ja auch widerlegt ist. Also er hat die Marktwirtschaft eingeführt, das Soziale wurde erkämpft, um es mal am Rande zu sagen. Aber der hat schon sehr früh... Übrigens, da muss ich nochmal einen kleinen Werbeblock einführen, nämlich Uwe Fuhrmann hat das mal sehr gut für die Stiftung aufgearbeitet, nämlich genau diese Kämpfe nach dem Zweiten Weltkrieg um die Frage der Marktwirtschaft, schrägstrich sozialen Marktwirtschaft. Genau, von Uwe Fuhrmann habe ich es auch. Ja, genau. Das kann man sich, das kann man ja auch noch mal verlinken. Unbedingt, das ist wirklich ganz augenöffnend, diese, genau diese Arbeiten von Uwe. Richtig. Und Ludwig Erhard hat schon ganz früh angefangen mit Privates effizienter. Und da macht es irgendwie, der Staat ist immer das Gegenbild lahm, stagnativ, Misswirtschaft, kriegt es nicht hin, Verschwendung. Das wird dann so als an den Staat geheftet und an Privat oder Markt wird geheftet, effizient, schlank, schnell, innovativ und so weiter. Also das hat schon in der Sprache diese Zuschreibung und wenn man sich dann aber mal anguckt, wann diese Privatisierungsdebatte angefangen hat und auch sozusagen stellenweise umgesetzt wurde, das war schon in den 60er Jahren, wo es unter anderem nur ein Beispiel zu geben, darum ging, dass der Volkswagen-Konzern, der noch in Staatshand war, privatisiert werden sollte. Und da gab es damals im Bundestag eine Debatte und da hat die Sozialdemokraten, damals waren sie noch so ein bisschen sozialdemokratisch, gesagt, nein, der VW... Oh, jetzt kriegst du wieder einen auf den Deckel von deinen Freunden, die SPD wählen. Von meinen total, ja. Weil meine sozialdemokratischen Freunde schimpfen immer mit uns, weil wir jedes Mal hier die SPD dissen, aber da müssen sie durch, auf jeden Fall. In den 60er Jahren hat jemand von der, im Bundestag ein SPD-Abgeordnete gesagt, nein, VW können wir nicht in private Hände geben, weil wir müssen dafür sorgen, dass jeder, jede Bürgerin, jeder Bürger, damals war es jeder Bürger, einen erschwinglichen Kleinwagen kriegt. Das gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist interessant, wie sich das auch verschiebt in der Debatte, was man denkt oder was öffentlich gedacht wird, was zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört. Damals war es noch ein VW-Käfer. Okay, das ist ziemlich crazy. Genau. So, und dann ist interessant, was ihm die Privatindustrie entgegnet hat. Also der Industrieverband damals hat dann gesagt, nein, wenn der Staat das macht, entgeht uns ein Geschäftsfeld. und das ist Enteignung der Privaten. Das ist wirklich irre interessant. Das ist also, empfinden die als Enteignung. Das heißt, die Privaten wollen ein Feld, auf dem sie ihr Kapital investieren können, um damit Gewinne zu machen. Das ist eigentlich das Effizient. Also von diesen beiden Formen, der Effizienzbedeutung ist eben genau die letztere, die, die sie immer im Sinne haben. Es ist ja, wie wir alle wissen, passiert. Es wurde ja alles dann privatisiert. Also Staatskonzerne wurden privatisiert. Ich will jetzt überhaupt nicht falsch verstanden werden, dass ich das total toll fände, wenn alles verstaatlicht werden würde. Ich will jetzt rein aus einem analytischen Blick nur sagen, was eigentlich der wahre Hintergrund hinter Privatisierung war und eigentlich bis heute ist. Weil was dann nämlich passiert ist, dass dann die richtige Privatisierungswelle ging erst in den, vor 40 Jahren etwa so, in den 80er, 90ern los. Da wurde dann richtig doll offensiv privatisiert. Alles, was nicht bei 5 auf dem Baum war. Und wenn man sich dann anguckt, was damit eigentlich passiert ist, ist es vom Ende her betrachtet eine Umverteilung des Reichtums und des Vermögens in der Gesellschaft von unten nach oben gewesen. Das kann man dann zum Beispiel bei der Privatisierung der Post sehr schön sehen. Da hat früher bei der Staatspost, mein Vater war auch bei der Staatspost noch, bei der verstaatlichten Post, da war der Gehaltsunterschied zwischen einem Briefträger und dem Vorstandsvorsitzenden noch relativ gering. Also nicht Vorstandsvorsitzenden, das hieß damals anders, das war dann eben im Ministerium, der Postminister und der Briefträger, die hatten natürlich auch einen Gehaltsunterschied, der war aber nicht so groß und nach der Privatisierung war der Gehaltsunterschied irre. Es ist explodiert. Über 200-fach riesig. Und da merkt man sehr deutlich nur an diesem kleinen Beispiel, worum es eigentlich bei Privatisierung geht. Und auch an der Post kann man schön sehen, die Beschäftigtenverhältnisse wurden prekär, die Arbeit wurde verdichtet. Das heißt, man hat sozusagen die Arbeitskosten zugunsten der höheren Rendite abgesenkt auf Kosten der Arbeitsverhältnisse. Und das ist das, was eigentlich hinter Privatisierung steckt und das ist das, was eigentlich mit Effizienz gemeint ist. Und wir denken immer, damit ist gemeint, schnellere Organisation, bessere Organisation und so. Und ich meine, mein Vater hat damals schon auch gesagt, der hat ja die Privatisierung miterlebt, der wurde auch umgeschult. Der hat schon auch gesagt, es war auch tatsächlich, gab oft Leerlauf bei der Post damals. Ich habe da oft Ferienshops gehabt, habe ich auch gesehen. Ich fand es aber entspannt und schön. Also man hat teilweise auch Langeweile gehabt und so und es war nicht alles effizient. Es gab keine Kundenfreundlichkeit. Also man hätte ruhig auch andere Umschulungsmaßnahmen machen können. Man hätte was verändern können, aber es hätte durchaus andere Wege gegeben, was zu ändern als die Privatisierung. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die Arbeitsverhältnisse, also er hat damals auch erzählt, viele Leute sind krank geworden, die haben diese Privatisierung gar nicht mitmachen können. Und ich finde gerade die Post mit all dem, was ich jetzt dazu erzählt habe, ein wunderbares Beispiel. Und um mal so eine große, große Zahl anzugeben, bei Piketty habe ich gesehen, dass, also Piketty, der berühmte Ungleichheitsforscher aus Frankreich, der sagt ja auch, dass die Privatisierung eine der wesentlichen Ursachen ist dafür, dass es diese Ungleich, diese zunehmende Ungleichverteilung gab, also das Auseinandertriften von Arm und Reich. Und er sagt, ich zitiere ihn mal, in den vergangenen 40 Jahren, das sind genau diese 40 Jahre, von denen wir auch gerade geredet haben, sind die Volkswirtschaften, also der einzelnen Nation, deutlich reicher geworden, die Regierungen aber deutlich ärmer. Der Vermögensanteil der öffentlichen Institutionen ist in reichen Ländern nahe null oder negativ. Das bedeutet, dass sich das gesamte Vermögen jetzt in privater Hand findet. Und das ist eigentlich das, was die Privatisierung ausmacht und was sie charakterisiert. Und jetzt muss man noch den Sprung machen von der Privatisierung zur Finanzialisierung, weil das hatten wir ja schon in der Wohnungsfolge, dass Finanzialisierung eine Unterordnung von allem ist, unter die Logik, aus Geld mehr Geld zu machen. Überall. Und die Privatisierung war die Vorarbeit dazu. Das ist jetzt sehr modellhaft. Das hat natürlich auch, gab auch Gleichzeitigkeiten und so weiter und so fort. Aber jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, die Rentenprivatisierung, die Teilprivatisierung, sagst du ja immer zu Recht, die Teilprivatisierung der Rente. Da ist es so, dass wir jetzt von unserem Lohn und vom Gehalt, wenn wir verdienen, Teile anlegen über institutionelle Anleger auf den Finanzmärkten. Das heißt, es ist viel mehr Kapital da, was angelegt werden will, woanders wieder, um sich zu vermehren. Das heißt, die Privatisierung sorgt auch unter anderem dafür, dass Kapital auf der Suche nach neuen Anlagesphären ist. Und wie wir jetzt gehört haben, gibt es sehr unterschiedliche Renditen. Also Arztpraxen bis zu 20 Prozent, Tagesgeldkonto 3,5 Prozent und so weiter und so fort. Aber insofern hängen quasi Privatisierung und Finanzialisierung in einer spezifischen Weise eng miteinander zusammen. Genau, das wäre jetzt sozusagen der ganze historische und theoretische Background, den man eigentlich dazu erzählen muss, um zu verstehen, was mit diesen Arztpraxen da gerade passiert. Du bist so im Flow, man kommt ja gar nicht mehr so dazwischen. Schieß los. Nee, mir fiel nur noch ein oder auf. Ich meine, du hast ja jetzt irgendwie schon gesagt, Vermögen wird umverteilt und das geht natürlich auch einher damit, dass Arbeitsbedingungen schlechter werden, wenn privatisiert wird. Entschuldigung, es wird immer schlimmer mit meiner Stimme. Wir hören gleich auch hier. Aber es ist ja dann auch nochmal eine Folge, dass auch, ich nenne es jetzt mal so, der Service schlechter wird. Ich meine, du hast zwar gerade gesagt, in der Post sozusagen war nicht viel Kundenfreundlichkeit, aber wenn man sich anguckt, was dann in privatisierten Bereichen oft ja stattfindet, ist, ist, dass sozusagen von den privaten Besitzern, Besitzerinnen, den institutionellen Besitzerinnen alles rausgepresst wird und alles an Kosten gedrückt wird, was man irgendwie drücken kann und sozusagen die Serviceleistungen, die man dann da noch bekommt, einfach auch viel schlechter werden. Klar. Also das ist einfach auch nochmal so. Oder Wasserprivatisierung, die es ja in Berlin mal gab, dann sind die Kosten fürs Wasser explodiert. Was ich aber tragisch finde, ist, dass der öffentliche Bereich, auch sozusagen, wenn du auf die Leute guckst, die für den öffentlichen Bereich arbeiten, mittlerweile so runtergewirtschaftet ist, dass für viele Menschen dieser Rückschluss, öffentlich wäre besser, im Kopf überhaupt nicht mehr funktioniert. Weil die, die haben das nicht mehr erfahren. Wenn ich jetzt irgendwie aufs Bürgeramt gehe oder ich gehe irgendwo anders her, wo mir noch sozusagen öffentlich eine Leistung zur Verfügung gestellt wird, dann ist das oft so prekär, weil einfach viel zu wenig Personal da ist, weil die Ressourcen nicht bereitgestellt werden, weil es nicht ausfinanziert ist und so weiter. Dass ich total gut verstehen kann, dass Leute sagen, ja, liebe Leute, öffentlich funktioniert aber auch irgendwie nicht. Und das, finde ich, ist die riesige, Entschuldigung, das ist die riesige Krux, wie man überhaupt Leute dafür gewinnt, eine Idee davon zu bekommen, dass es öffentlich anders sein könnte. Und dass auch unser Begriff von öffentliche Daseinsvorsorge was anderes bedeutet, als das, was wir heute sehen. Genau. Und was mir eben jetzt auch bei der Recherche nochmal aufgefallen ist, was ich vorhin gesagt habe, was da für ein Widerspruch ist, zwischen einerseits müssen wir ganz viel planen, andererseits wollen wir aber dann auch die Effizienzkriterien, wo dann beides wieder vermischt wird, einbringen, fand ich irgendwie auch krass, weil ich habe mir überlegt, wie würde unser Gesundheitssystem aussehen, wenn es keine Krankenversicherung geben würde, keine Krankenversicherungspflicht, wenn es keine Budgetdeckelung gäbe und wenn es keine Bedarfsplanung gäbe, wo welcher Arzt hin muss. Wenn es ein freier Markt wäre oder überhaupt ein ganz normaler Markt, so wie Brot. Das ist ja gruselig, wenn du dir das zu Ende denkst, wie viele Menschen sterben würden einfach, weil sie es sich nicht leisten können, zum Arzt zu gehen, wenn der Markt das bestimmt. Und da frage ich mich manchmal, merkt ihr das eigentlich nicht, was für ein Armutszeugnis, unser Titel, unseres Podcasts, was für ein Armutszeugnis eigentlich dem Markt ausgestellt wird, ohne dass wir es sagen, indem wir das Gesundheitssystem so regulieren, weil der Markt würde das gar nicht schaffen, alle Menschen zu versorgen. Das kann der gar nicht. Wo ich denke, das ist schon eigentlich, finde ich, ein sehr schlechtes Zeugnis, was man dem Markt da ausstellen kann. Und dann habe ich mir andersrum überlegt, angenommen, wir hätten als Gesellschaft das Anliegen, dass alle Menschen sich gesund ernähren können müssten. Also dass man von bestimmter Industrieernährung krank werden kann, ist ja nachgewiesen. Aber da wird der Markt gelassen. Da heißt es, es soll der Markt machen, dann produzieren die Unternehmen halt krank machende Sachen, dann kaufen halt nur die Leute, die irgendwie Geld haben, sich die gesunden Sachen, da ist es uns egal. Und das kann man mal bei allem durchspielen, bis hin zu Dingen, die sozusagen nicht klimafreundlich produziert werden, wo wir auch sagen, das überlassen wir dem Markt. Jetzt wissen wir aber, dass wir das bei der Gesundheit nicht machen. Bei der Gesundheit sagen wir, da ist es uns aber wichtig, dass da nicht irgendwie massenweise Menschen sterben. Da haben wir von mir aus eine Hierarchie. Aber wir wollen schon, und das wäre mein Verdacht, wir brauchen ja auch die Arbeitskräfte. Wir brauchen auch die Leute, die irgendwie die Shitwork machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen nicht die bewusste Absicht, sondern das ist ein bisschen, dass man denkt, das überlassen wir dem Markt nicht. Aber mir ist nochmal aufgefallen, dass wir dem Markt eigentlich mit dem Gesundheitssystem, wie es organisiert ist, ein ganz schönes Armutszeugnis ausstellen und dass das überhaupt keiner merkt oder für so normal hält, dass es überall einen Markt gibt, nur an bestimmten Bereichen nicht. Ja, das habe ich mitgenommen aus der ganzen Angelegenheit. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Genau, und wenn du mich jetzt noch zu den Alternativen fragst. Genau, das wollte ich nämlich tatsächlich noch fragen. Also ich meine, wie könnte denn dann ein anderes, ein besseres Gesundheitssystem aussehen? Also diese Antwort möchte ich gerne mit einem Mitbringsel verbinden, weil das würde jetzt sonst nochmal zu lange dauern. Es gibt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine ganz tolle Broschüre in der Reihe Luxemburg-Argumente zum Thema Gesundheit und das hat Nadja Rakowitz geschrieben. Und Nadja Rakowitz ist die Vorsitzende des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Die haben auch den Anspruch, das Gesundheitswesen demokratisch zu organisieren. alle ökonomischen Anreize im Sinne von Kapitaleffizienz, wie ich es vorhin erklärt habe, rauszuhalten. Da gibt es keine Hierarchie mehr, zwischen denen, die viel Geld haben, die wenig Geld haben. Da gibt es auch diese Idee von MVZ. Also das ist ja von der Sache her eine gute Idee, kurze Wege. Guckt euch vielleicht auch die Webseite von dem Verein von Nadja mal an. Das finde ich auf jeden Fall alles eine sehr schöne Richtung. Ja, ich kann mich da auch nochmal ganz kurz anschließen. Das ist ein Mitbringsel, was ja auch jetzt da so ein bisschen reinpasst und anders anknüpft, was du von der Broschüre erzählt hast. Die ist übrigens, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, die ist übrigens von 2017. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber sie ist trotzdem sehr lesenswert. Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte nur mal aufmerksam machen auf das sogenannte GECO, das Stadtteilgesundheitszentrum in Neukölln in Berlin, die nämlich, ich sage jetzt mal, ein MVZ auf einer etwas anderen Art und Weise versuchen, dort zu organisieren. Und sozusagen so einen kiezübergreifenden Ansatz von einem Gesundheitszentrum, der anders funktioniert als irgendwie so ein herkömmliches MVZ. Und das ist ein total spannender Ansatz. Und ich kann aber jetzt leider nicht mehr reden. Von daher stecken wir auch das in die Shownotes. Und guckt euch das mal an, weil das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Projekt, wie sozusagen Gesundheit im Viertel auch anders organisiert werden kann. Also ich muss jetzt wirklich nicht über dich lachen, weil du heißer wirst, sondern weil du ausgerechnet jetzt bei dieser Gesundheitsfolge die Stimme versagt. Also ich verabschiede mich jetzt schon mal hier. Du musst jetzt den Abspann sprechen, Sabine. Macht's gut. Ja, also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ich bin ziemlich sicher, dass es dazu jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Rückmeldungen noch geben wird. Alle, aber das fehlt noch. Aber das müsste man noch. Und ja, das ist ein riesiges Feld. Gerne schreiben an die berühmte Adresse armutszeugnis-at-rosalux.org. Genau. Schreibt uns. Wir lesen alles. Und ich sage Tschüss. 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 Musik